Herzlich Willkommen zu einem neuen Video auf unserem Kanal Gutwetterfabrik. Dieses Mal möchten wir über die Zelte vom Hersteller Camp vorher sprechen. Hierzu haben wir diverse externe Daten analysiert und Expertenmeinungen ausgewertet. Welche Zelte es gibt sowie alle wichtigen Infos erfahrt ihr, wenn ihr dranbleibt. Schaut im Anschluss am besten einmal in die Videobeschreibung rein, denn dort findet ihr mehr Infos und weiterführende Links zu diesem Thema. Der Hersteller Campfeuer ist bekannt für robuste und qualitative Campingzelte. Die Marke bietet eine große Auswahl an verschiedenen Modellen und Größen an. In diesem Video stellen wir euch drei sehr gute Zelte genauer vor und zeigen ihre Vor- und Nachteile. Das Zelt Relax 6 ist, wie der Name schon sagt, ein Zelt für 6 Personen. Das Modell hat eine Schlafkabine und einen Vorraum, was für eine gute Raumaufteilung und damit Ordnung sorgt. Zusätzlich gibt es zwei Eingänge und ein Moskitonetz, was einen leichteren Zugang zum Zelt und effektiven Insektenschutz ermöglicht. Der Stoff besteht aus wasserdichtem Polyester und die Packmaße betragen 69 x 30 x 30 cm mit einem Gewicht von 18,5 kg. Die Vorteile des Modells liegen im Insektenschutz, dem guten Luftdurchzug, den zwei Eingängen und dass es wasserdicht ist. Außerdem kann das Zelt in drei verschiedenen Farben bestellt werden. Kleiner Nachteil, das Zelt ist leider nicht besonders sturmsicher. Das zweite Zelt ist das Modell Multi, das sich für vier Personen eignet. Es hat zwei getrennte Schlafkabinen und einen großen Vorraum. Die Trennwand zwischen den Schlafkabinen kann entfernt werden und an allen Eingängen und Fenstern gibt es Vorhänge als Sichtschutz. Auch dieses Modell besteht aus Polyester und ist wasserdicht. Dank den Moskitonetzen ist man bestens gegen nervige Stiche geschützt und am Seiteneingang gibt es eine Öffnung für Kabel. Das ist praktisch, wenn man im Zelt kochen oder heizen möchte. Das Packmaß beträgt 64 x 23 x 23 cm bei einem Gewicht von nur 13 kg. Die Vorteile dieses Modells liegen in der effektiven Raumtrennung, dem Insektenschutz und dass es wasserdicht ist. Auch dieses Zelt kann in drei verschiedenen Farben bestellt werden. Kleiner Nachteil, die Tragetasche ist etwas zu klein. Schaut im Anschluss in unsere Videobeschreibung rein, denn dort haben wir mehr Infos für euch zusammengefasst. Zu guter Letzt zeigen wir das Modell Quickie, was für zwei Personen konzipiert ist. Dieses Zelt wiegt lediglich 2,4 kg mit einem Packmaß von 45 x 4 cm. Wodurch es perfekt für Rucksacktouren, Fahrrad- oder Motorradtouren geeignet ist. Auch dieses Modell besteht, genau wie die beiden anderen, aus Polyester und ist wasserdicht. Dieses Zelt ist ein sogenanntes Wurfzelt, das sich sekundenschnell aufbauen lässt. Man nimmt es einfach aus der Verpackung, löst das Sicherungsseil und schon springt das Zelt von alleine in seine Form. Danach muss man es nur noch mit den enthaltenen Schnüren abspannen und mit den Erdnägeln befestigen. Und schon ist der Aufbau fertig. Die Vorteile liegen hier eindeutig im kompakten Packmaß und im schnellen Aufbau. Ein kleiner Nachteil ist, dass dieses Modell nicht für große Menschen geeignet ist und dass auch nur eine Farbe zur Verfügung steht. Ich hoffe, wir konnten euch die Funktionen der Zelte vom Hersteller Kempfeuer näher bringen. Schaut gleich in unsere Videobeschreibung rein, denn dort findet ihr mehr Infos und die Links zu diesen Produkten. Über ein Like, Kommentar sowie ein Abo würden wir uns natürlich sehr freuen. Bis zum nächsten Video auf Gutwetterfabrik. Gutwetterfabrik.